Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist dein Mann? Ja? Gibst du sie mir mal? Wen? Jetzt komm, gib sie mir einfach. Hm? Bettina? Ich liebe dich. Ich weiß, was ich dir zugemutet habe. Ich danke dir, dass du mich trotzdem begleitet hast. Ich will, dass du ein schönes Leben hast. Alex! Ich muss jetzt aufhören. Bis später. Ich muss jetzt aufhören. Ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag hier.